Hey, schön, dass du dir dieses Video anschaust. In diesem Video erzähle ich dir ganz kurz und knapp, wie das Personal Training mit mir abläuft. Das Personal Training läuft folgendermaßen ab. Du rufst mich an und erzählst mir ein bisschen was von deinen Zielen, was du so sportlich dir so vorgestellt hast, wo du hin willst, wo du aktuell stehst. Dass das noch genauer ist, daraufhin schicke ich dir dann einen Anamnesebogen zu, wo du dann nochmal ganz genau detailliert schreibst, was dein aktueller Standpunkt ist, was deine Herausforderungen sind zu den Themen Motivation, Fitness und auch Ernährung. Und genau das werte ich dann aus und dann vereinbaren wir einen Termin. Das kann online per Zoom sein oder wenn du hier aus der Region kommst, kann das auch vor Ort sein. Wir machen einen Fitnesstest. Dann schaue ich mir deine Leistung nochmal ganz genau an und geh auf deine Wünsche individuell ein, gestalte einen Trainingsplan. Wir vereinbaren regelmäßig Termine. Ich würde dir empfehlen, ein- bis zweimal die Woche, dass du auch wirklich richtig gut dein Ziel super erreichst. Und wir trainieren gemeinsam. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich.